Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem kurzen Input-Video für unser Seminar Sprache, Medien und Sport. Heute zum Thema Perspektivierung und Evaluierung. Wir haben uns in der letzten Woche mit dem Kitchenary beschäftigt, der Frame-Semantischen Ressource, wo der Begriff der Perspektive auch schon auftauchte. Ich werde gleich noch darauf zurückkommen und das werden wir heute vertiefen. In der vergangenen Sitzung haben wir uns mit dem Thema Lexik der Sportsprache beschäftigt. Es ist ja so, dass Lexik inklusive der Phrasologie, also Redewendungen, ganz bestimmt das auffälligste Merkmal der Sportsprache ist. Und wir hatten mit Burkhardt Unterschieden zwischen verschiedenen Ebenen der Sportfachsprache einerseits, dann des Sportjargons andererseits und schließlich auch als etwas, was nochmals davon geschieden werden kann, die Sprache der Sportberichterstattung, also nicht so sehr Jargon der Ausübenden selbst, sondern die wir vor allem im professionellen Sportjournalismus dann finden. Wir hatten verschiedene semantische Prinzipien kennengelernt und so wiederkehrende Muster, die wir häufig finden, viele Metaphern und Metonymien, aber auch Antonomasien, dass also das gleiche Kollektiv, gleiche Person mit immer anderen Ausdrücken bezeichnet wird, der Rekordmeister, die Münchner, die Bayern und so weiter. Wir haben auch gesehen, dass es jede Menge Spezialbedeutungen gibt, also Wörter, die im Bereich des Sports was anderes bedeuten als außerhalb. Und auch auf einer syntaktischen Ebene konnten wir Besonderheiten feststellen, zum Beispiel Neuer rettet, wo wir gar nicht sagen müssen im Fußball, was eigentlich gerettet wird, weil Retten eben in dieser besonderen Domäne auch alleine stehen kann. Und dann hatten wir uns eben mit dem Kitchenary beschäftigt, das sich anschickt, den Fußball-Wortschatz frame-semantisch zu erfassen und zu beschreiben. Und Frames hatten wir mit Schmidt definiert als perspektivierte Konzeptualisierungen einer Szene. Und diese korrelieren wiederum mit ganz bestimmten semantisch-syntaktischen Valenzmustern, das angegeben werden kann, welche Aktanten involviert sind, welche Gegenstände involviert sind und so weiter. Und wir haben gesehen, dass sich diese beteiligten Konzepte, also die Konzepte, die in Frames organisiert sind, als Frame-Elemente bezeichnen lassen. Und die lassen sich in der Analyse ganz einfach erfragen, indem wir zum Beispiel solche Fragen stellen wie wer, wo, wohin, womit, wozu und so weiter. Und das ist eine Möglichkeit, den Wortschatz in einer eng umgrenzten Domäne wie der Fußballberichterstattung in dem Fall systematisch zu erfassen. Gut, das in aller Kürze der Stoff der letzten Sitzung. Und jetzt eine kurze Einführung in den Stoff zur heutigen Sitzung, Perspektivierung und Evaluierung. Perspektivierung, da ist es hilfreich, sich mal an der Einführung in die Textlinguistik von Schwarzwälder und Konsten zu orientieren, wo es sehr schön heißt, jeder Text stellt einen referenziellen Sachverhalt immer perspektiviert dar. Dies ergibt sich zwingend, denn Wahrnehmung und Versprachlichung der wahrgenommenen Eindrücke ist immer subjektiv und er folgt stets durch eine spezifische Perspektive, die eine Person, ein Objekt oder ein Ereignis vom Blickwinkel des Betrachters aus erfasst. Ob das Fahrrad vor der Bank steht oder hinter der Bank, ist ganz interessant, sich zu überlegen, aus welcher Perspektive das eigentlich beschrieben werden muss. Und gerade im Sport, wo zwei Mannschaften gegeneinander antreten, sind gerade solche delktischen Orientierungen auch wirklich nicht trivial. Nehmen wir mal sowas hier, Ibizabeth schlägt den Ball nach rechts, von hinten kommt Niedermeier und nagelt das Leder aus vier Metern an die Latte. Wenn wir uns überlegen, was heißt eigentlich rechts, wo auf dem Spielfeld ist rechts und wo ist eigentlich hinten, dann kann das ja aus zweierlei Perspektiven gesehen werden, aus der Perspektive des angreifenden Teams und aus der Perspektive des verteidigenden Teams. Hier ist es ganz offenkundig die Perspektive des angreifenden Teams, die vom Schreibenden, von der Schreibenden übernommen wird und dann können wir eben sagen rechts, hinten, links, vorne und so weiter. Aber nehmen wir auch sowas hier, eine herbe Niederlage mussten die Kleeblätter am letzten Spieltag in der zweiten Bundesliga einstecken. Hier wird also ganz explizit aus der Perspektive der Kleeblätter, also Greuther Fürth, formuliert. Was für die einen eine herbe Niederlage ist, ist für die anderen ja ein glorreicher Sieg. Das wäre auch eine korrekte Beschreibung, dann müsste man es eben umformulieren. Ja, die Schalker oder wer auch immer hatten letzte Woche gegen die Kleeblätter einen glorreichen Sieg eingefahren oder ähnliches. Also auch hier müssen wir sozusagen Position beziehen, sprachlich, wenn wir das beschreiben wollen. Ja, und dann nehmen wir noch sowas hier, was für eine Klatsche für den VfL. Das Gegenstück wäre zum Beispiel Kantersieg, so auch der Titel der Sitzung. Und dadurch, dass wir hier Klatsche für den VfL sagen, nehmen wir sozusagen hier die Perspektive des unterlegenen Teams ein. Genau, das heißt, wenn wir eine Perspektive sprachlich formulieren, dann können wir uns auch hier ansandig orientieren, die es mal so formuliert hat. Ereignisse, Sachverhalte und Handlungen werden nur in einem seiner Aspekte für ein Individuum bzw. eine Gruppe relevant, nicht als Ganzes. Und das wird so für einen Adressaten zu einem bestimmten Zweck verbalisiert. Also nicht alles ist relevant und was relevant ist, entscheidet jeweils der konkrete Standpunkt. Und das Entscheidende ist, dass hier steht, es wird für Adressaten oder für einen Adressaten zu einem bestimmten Zweck verbalisiert. Bei der Sportberichterstattung nun ist es so, und das unterscheidet die Sportberichterstattung von anderen Aspekten des Journalismus ganz massiv, hat die Sportberichterstattung immer auch Unterhaltungsfunktionen. Sie soll nicht nur informieren, sondern soll auch unterhalten und natürlich wissen Sportredaktionen ganz genau, dass die Leute, die das lesen, häufig auch Fans sind und mit einem Verein besonders mitfieben. Und dieses Bedürfnis nach Parteilichkeit und Unterhaltung und Wertung muss auch auf eine Art und Weise bedient und mit der Informationsfunktion vermittelt werden. Das heißt, hier möchte ich Kern zitieren, Sportreporterinnen, sie bezieht sich hier auf Radioreportagen, präsentieren nicht nur eine neutrale, faktenbezogene Darstellung der Ereignisse, sondern immer auch eine affektiv aufgeladene Interpretation derselben. Sowas, was ich gerade gezeigt habe, Klatsche wäre genauso ein Beispiel. Das wäre so eine affektiv aufgeladene Interpretation und nicht einfach nur zu sagen 5-0 oder sowas. Und damit sind wir auch schon beim Thema der Bewertung. Wenn wir von affektiv aufgeladenen, perspektivierten Darstellungen sprechen, dann liegen ganz häufig Bewertungen vor. Wiederum, schwarz für sehr konstanzitierend, Evaluierung, wie das genannt wird, liegt vor, wenn im Text explizit und oder implizit eine Bewertung zu einer Person, einem Sachverhalt oder einem Ereignis aus Produzentenperspektive vermittelt wird. Und hier möchte ich gerne eine Reihe von Beispielen mal zeigen, alle aus dem Fußball. Watschlik hielt sowohl den Elfmeter als auch den Nachschuss starke Leistung des Basler Torhüters. Also hier wird nicht nur gesagt, dass er das gehalten hat, sondern es wird explizit bewertet, dass es eine starke Leistung gewesen ist. Oder auch sowas hier, was Mogo heute für Paraden auspackt, ist der Wahnsinn. Das wird explizit als außergewöhnlich dargestellt, diese Torhüterleistung. Aber auch sowas hier, Pfostenkracher von Voronin, was für ein Geschoss aus gut und gerne 25 Metern. Das sind alles Zitate aus Live-Tickern, die von unabhängigen Medienhäusern angeboten werden, die also nicht spezifisch für eine Mannschaft Partei nehmen. Dennoch ist es so, dass wir hier immer wieder solche bewertenden Dinge finden. Das, was den Fußballfans allgemein erfreut, so akrobatische Gewaltschüsse, die werden dann eben als solche auch besonders herausgestellt. Nehmen wir hier sowas nochmal. Auch Gönnitzer probiert es damit eine Flanke. Die Berner haben aber im eigenen Strafraum leider keine Lufthoheit. Das ist interessant, ich sehe das Wörtchen leider. Warum eigentlich leider? Hier wird aus einer ganz subtilen Art und Weise die Perspektive der Angreifenden eingenommen. Und aus deren Perspektive ist nun die Lufthoheit der Berner, gegen die also kein Durchkommen ist, etwas, was negativ zu bewerten ist, dem gegenüber man sein Bedauern ausdrücken kann. Und das können wir eben tun mit dem Satz adverbial leider. In einer wirklich objektiven Berichterstattung hätte so ein Wörtchen wie leider eigentlich gar keinen Platz, weil man sich damit explizit positioniert. Wir finden aber solche Dinge immer wieder in, gerade auch in Live-Tickern, um dem Ganzen auch eben so einen emotionalen Gehalt zu geben. Sie hatten zur Vorbereitung Kamp gelesen, der in seinem Text über Bewertung im Sportjournalismus genau dieses Problem, wie vermitteln wir zwischen Objektivität und Bewertung, der dem genauer nachgegangen ist. Und er bringt eine Unterscheidung ein, die sehr schön hergenommen werden kann zur Analyse. Es wird unterschieden zwischen rein wertenden Lexemen wie überragend und speziell wertenden Lexemen wie zum Beispiel Rotzfrech. Rotzfrech wäre in anderen Domänen wahrscheinlich eher negativ wertend, aber im Fußball, diejenigen von Ihnen, die regelmäßig Fußballbericht lesen, wissen das, wenn ein Stürmer als Rotzfrech beschrieben wird, dann ist das gerade eine Auszeichnung. Und wir haben Lexeme, die nur implizit wertend sind, indem sie eigentlich etwas beschreiben, aber das auf eine wertende Art und Weise. Nehmen wir das Wort Zimmern als eine Art des Schießens. Also was unterscheidet eigentlich Zimmern von Schießen? Natürlich auf eine Art und Weise die Kraft, die im Schuss liegt, aber das ist natürlich auch etwas, womit dieser Schuss auf eine besondere Art und Weise gewürdigt wird. Sowas wie zimmert das Leder unter die Latte oder Ähnliches. Gut, wir finden sehr viel Forschung zum Thema Berichterstattung in den großen Medienhäusern, die, wie gesagt, versuchen müssen, immer trotzdem noch objektiv zu bleiben. Interessant ist es aber nun, sich gerade parteiische Medienprodukte anzugucken, die ja die Vereine selbst auch produzieren, Spielberichte aus den einzelnen Vereinen. Und hier haben wir vor allem auch die Gelegenheit, das eine, ein und selbe Ereignis aus zwei Perspektiven uns anzuschauen. Wie wird es von Verlierern und wie von Siegern, wie von Angreifenden, wie von Verteidigenden geschildert? Darum wird es heute gehen. Das ist Literatur. Ich wünsche viel Spaß. Ciao.